Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jo, wo ist jetzt ne Insel? Ich hätt gern ne Insel so schön, ne Insel so fein, la la la. Ach wär das schön, hätt ich nur ein Insellein, la la. Jo, äh, ich würd sagen Rot. Gut, meine Güte, dieses Mistviech. Und ich muss mir jetzt dann, oh Gott, ich bin hungrig. Uh, da komm ich nicht mehr hin. Ich geh mal rauf. Wir haben hier noch Schüsseln mit. Hat die jetzt mal Federn? Ich glaub, die hat Federn gelegt. Gott sei Dank, endlich mal Federn. Ich lass das Ganze jetzt mal mit dem Viech. Bist jetzt mal fertig hier. Mit Kochen. Da fehlen die Blanken, ne? Das hab ich super gemacht, super. Her. Jo. Das hab ich Exzellence, hab ich das hinbekommen. Exzellence. Jaja, ich weiß, ich werd gleich sterben, wenn's so weitergeht. Koch bitte schneller. Ich steh da hier schon. Bin hungrig. Wahrscheinlich wird jetzt beides gleichzeitig fertig. Aber das Tablett, da hätt ich auch mal putzen können. Echt. Da krieg ich ja noch Krankheiten. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ah, da. Gott sei Dank. Und nix viel runter damit. So. Das Schlimmste ist überstanden. Wir werden jetzt nicht mehr sterben. Gott sei Dank. So. Dann ein bisschen versetzt. So. 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 Und. Blub. Kannst schon weiter kochen. So. Blanke wird gleich nachgelegt. Weil sonst da... Äh. Ich... Ich... Ich hab dir keine Blanke. Jetzt konnte ich nicht kochen. So. Die futtern wir auch gleich weg. Dann geh mal wieder ein bisschen fischen, würde ich sagen. Ich muss sowieso Sachen bauen. Ich brauch eine Insel. Ich brauch ne Insel. Hallo. Ich brauch ne Insel. Wie schaut's da aus? Da können wir was anbauen. Zack, zack, zack. Ich hab kein Wasser mit. Ah. Mir fehlt das Wasser. Mir fehlt das Wasser. Ich muss runter. Runter, runter. Wasser. Wasser. Da. Tuck, 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 tuck. Ich nehm auch mal einen Schluckl. Und gleich wieder Salzwasser. Auf die umständliche Art. Der Wellengang ist schon wieder so stark, dass ich mir schon wieder ein Bild der Haifisch randaliert da. Dabei ist das gar nicht wahr. Nein, nein, mein Kind, das stimmt nicht. Lala. Aber eine Insel wär echt schön jetzt mal langsam, weil ich brauche Eisen. Zack. Oh, die Milönchen. Boah, die schießen an. Das ist jetzt aber auch nicht normal. Holla. Okay. 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 Ja, mir ist das recht sein. So, ernten wir mal ganz schnell. So, komm her. Die Blümchen sind auch fertig. Ja, das wollte ich nämlich hier jetzt die Rüben anpflanzen, weil man soll ja immer ein bisschen abwechseln. Hey, mach mir nicht ein Nassduff-Ding. Bin nicht fertig da. So. Platsch, 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 platsch. So, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, und die Blümchen. Ich hätte wieder drei. Ja, warum eigentlich nicht, ne? So, eins, zwei, drei. So. Jetzt kannst du machen. Jetzt bin ich aus der Schusslinie da. Ja. Schaut schon lustig aus. So, okay, okay, okay. Ähm. Ich sehe immer noch keine Inseln. Wie soll ich ein Bogen in der Hand? Ich weiß es nicht. Fischen wollte ich auch. Kocha. Brauche ich jetzt dabei nicht. Äh. Farbe. Stimmt. Tapsch, tapsch, tapsch. So, die Farbe tun wir weg. Schwarz kann ich machen. Das wäre jetzt gar kein Thema. Aber ich habe halt mit Blüten. Ja. Blüten hätte ich noch. Das passt. Dann werden wir gleich schwarze Farbe mischen lassen. Ich meine, ich weiß nicht wofür, aber ist sie wurscht. So. Das ist komplett egal. So. Hauptsache, wir haben es auf Lager. So machen wir halt das ganze Floßkunde bunt. Macht nichts. Ihr kriegt es auch einen Krebs und ich auch. Passt genau. Es ist okay, du bist nicht dead. Ja, da habt ihr auch wieder recht. Das. Das ist so. Ah, da Ananas-Samen. Ich bin einfach nur blind. Das wollte ich sagen. Das ist Standard bei mir. So. So, ich werde die Baumsamen zusammentun und die anderen Bast-Ananas-Samen haben wir. Das ist sehr schön. Gut. Was kann ich denn jetzt noch bauen? Eine Uhr wäre auch mal schön, ha? Schrott bei mir ein bisschen. Die Schabe schon. Schild habe ich noch nicht. Das könnte man je noch... Ich höre schon wieder einen Haifisch. Bäm. Bäm. Naja, wenigstens einmal erwischt. Und zack. So. Schwere Prieto, Mistviech. So. Insel. Insel. Oh, du Seim. Da hinten war irgendwas. Ich glaube ein Floß. Oh. So. Mein Bett. In mein Bett. So. Ich habe kein Erz mehr. Also kein Kupfer hätte ich noch. Stimmt. Ist mir gerade wieder eingefallen. Hier müsste irgendwann noch Kupferband sein. Sieben. Ja, ja. Die können wir glaube ich schmelzen. Das dürfte normal nicht verkehrt sein. So. Planken. Können wir nachlegen. Haben wir schon gemacht. Passt. Kupfer. Kupfer. Da. Hm. Siehst du, gut, dass wir das hier verstärkt haben, weil darunter, war das schon... Waren wir das? War der Hai das? Weggefressen? Wie ich denke, ne? Machen wir das wieder schön. Gut, ich habe keine Blanken mehr. Irgendwann kommt die Zeit, ne? Da muss man echt einmal den ganzen Kunststoff wegschmeißen. So. Jetzt ist das auch ein bisschen geschützt. Was haben wir hier? Planken. Ja, die hebe ich alle auf. Die brauchen wir noch. So. Okay. Dann werde ich wieder ein bisschen auf die Seite legen. Weil für den Fall, dass wir elendlich verrecken wieder. Was ja überhaupt nie vorkommt. Ähm, dass wir dann wieder was auf Reserve haben, ne? Mal hier. Ja, ja, ja. Ist schon fein. So. Ist schon gut. So. Die Dinger könnte ich jetzt eigentlich zu Seile verarbeiten. Da haben wir eh so Flächen im Glombat. Dann kann ich hier mal... So. Lass du meine arme Vogelscheuch in Ruhe. So. Das zudem. Und dann können wir... Tak, tak, tak. Halt. Die Milönchen können wir hierhin parken. Die Wassermilonsamen, die werde ich wieder reintun. Und stattdessen die Ananassamen wählen. So. Und so. Und ein guter Schluck. Und für uns auch ein Schluck. Zwei sogar. Weil wir gar so durcheinander sind. Und dritten noch. Ja, das passt. So. Vollfüllen. Insel. Was ich noch nie probiert habe. Ist zum Beispiel einfach mal so den Anker zu lichten. Hier an Ort und Stelle. Und mal einfach mal tauchen zu gehen. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man eventuelle... Ich sag jetzt mal Erzvorkommen oder so gar nicht so unbedingt bei der Insel finden muss. Vielleicht gibt es hier solche kleinen Wöl... Also Anhöhen vom Gestein her. Und dass man dann da vielleicht auch schon was findet. Einfach so mal blind sozusagen. Diese Netze sind zu effektiv. Habe ich mich da schon mal beschwert? So. Ich will immer den Bogen. So. Angeln wollte ich jetzt auch mal. Aha. Da habe ich jetzt nur mehr zwei Sämlinge. Okay. So. Die schwarze Blume. Die tun wir mal weg. Da. Da habe ich keinen Platz mehr für Sämlinge. Wie kann das denn sein? Dann tun wir halt den ausnahmsweise da hin. Was haben wir noch? Nehmen wir mal blau. Eins. Zwei. Drei. So. Blaue Blumen. Blaue Blumen. Blaue Blumen. Die sind ja schon schön. So. So. Jetzt macht er mich schon wieder nass. So. Und da kommen die Kartoffeln hin. So. Sind das alle Kartoffeln? Na, da sind ein paar. So. Passt. So. Kannst du nass machen. So. Schön. Okay. Hm. Fein. 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 So. Lala. Ich glaube, ich werde mal raufschauen. Wen kochen und so. Weil wir sind eh schon wieder am Verhungern. Ja. Da wären wir schon fertig. Und dann gehe ich jetzt auch mal Fischenherrschaftszeiten. Ach. Dieser Hai. Ne. Was ich auch gemerkt habe, ist rein aus Rüben, also einen Eintopf zu kochen, das mögen die gar nicht. Also man muss da schon scheinbar mischen. Am besten immer zwei, zwei. Dann hat man, glaube ich, einen recht guten Erfolg, glaube ich. Vielleicht auch nur eine Zwiebel und drei Kartoffeln. Ich weiß es nicht. So. Mahlzeit. So. Stimmt. Da wollte ich noch was anpflanzen. So. Und wieder. Ach so, Federn. Ich dachte schon, ich sehe etwas Weißes. Das muss ein Ei sein. Ne. Es sind Federn. Haben wir hier auch Federn schon? Nein. Weil sie nicht abgeschottet genug ist. Nein. Dann müsste ich eine Wand wieder bauen. Damit das wahrscheinlich besser klappt. Vielleicht mache ich das mal. So. Also der Haifisch hat schon wieder was gefuttert. Bei unserem schönen Floß. Da drüben. Ich sehe es schon. So. Ah ja. Blank. So. Jetzt auch. Das ist kein Motto, wenn überall Netze sind. Dann hat man eine recht gute Wahrscheinlichkeit, dass man gleich das Material, was man braucht zum Reparieren in der Nähe hat. So. So. Gut. Ich wollte fischen. Stimmt. Ich renne schon wieder im Kreis herum. So. Und. Schwupp. So. Mal schauen, was wir kriegen. Ich habe Platz. Ich hoffe. La 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 la. La 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 la. Ein roher Hering. Och wie schön. Och wie wunderbar. So. Was wollte ich noch schauen? Ich wollte generell mal durchschauen, was ich hier habe. Das Bett wollte ich nochmal bauen. Federn haben wir. Das ist gut blank. Und das haben wir sicher auch. Nägel haben wir auch genug. Passt, dann hätte ich auch wieder Platz. Das wäre ganz schön. Also Federn. Also das können wir sowieso mal stacken. Das haue ich mal ausnahmsweise da rein. Dann hier so. Die Baren kommen da rein. Das Seil tue ich mal kurz. Brauche ich jetzt Seil? Nein. Blätter brauche ich. Blätter. Da habe ich jetzt keine drin. Nein. Aber die blanken. Die brauche ich. So. Die blanken. Und hier sowas. Und dann theoretisch. Bäm. Genau. Jetzt kann ich das wieder zurück sortieren. Die blanken kann ich eigentlich... Oh, warte. Warte, warte. Da habe ich die Bahn, die Kupfer... Die brauche ich jetzt eh zum Schmelzen. Langsam Zocki. Alles der Reihe nach. Keinen Stress. So. Ja, wie so eine alte Frau. Ganz ruhig Zocki. Alles wird gut. Keinen Stress. Das ist... Gut. Mein Bett. Genau. Das habe ich abmontiert. Das könnte ich eigentlich weghauen. Egal. Sonst Schild wollte ich auch irgendwann mal aufstellen. Da drüben. Eine Insel. Eine Insel. Ich muss sofort weiter. So. Das war mir wichtig. So. Sofort drauf. Ich brauche das. Da ist eine Insel. So. Wo war die jetzt? Da drüben. So. Öffnen. Nein. Drehen bitte. Na, du sollst das drehen. Hä? Wie ging das nochmal? Halten für sanftes Drehen. Du, ich ja. Ach so. Falscher Knopf. Ja. Es ist schon eine Zeit her, ne? So. Unbedingt in die Richtung. So. Ein Schief wird kommen. Und das bringt mir denn einen. La 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 la. La 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 la. So. Ich könnte battlen, ne? Dann geht's auch noch ein kleines Stückchen schneller. Die Schere wollte ich mir jetzt auch mal basteln. Meine Güte. Mit mir geht's bergab. Fischen. Dann das machen. Dann basteln. Alter Schwede, bin ich überfordert. Ja, es macht schon Sinn, wenn man das Spiel hier zu zweit spielt, ne? Aber. Sonst wäre es uns ja eh zu langweilig. So. Battl, 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 battl. Battl, battl, battl. Battl, 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 battl. Jetzt battle ich eh schon voll Gas und das Mist. Viech schafft es doch trotzdem noch unser Floß anzuknabbern. Du dreckiges Viech. Wo ist der? Wo ist der? Äh, da drüben. Ich glaub, die Richtung stimmt nicht. Ah, ich muss mir das angewöhnen. Das Segel. Wow. Ein bisschen besser zu platzieren, hm? Ähm. Ich brauch ein Battl. Ein Battl für Mije. So, la, la. Battl, 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 battl. Battl, 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 battl. Ein kleines Stück wäre noch schön. Wenn, wenn möglich. Äh. Das ist ein Schäpf. Noch ein Stück. Alter, alter, alter. Äh. Äh. Dass ich hier rüberspringen kann, war eigentlich mein... Ui. Da, da. Da. Äh. Okay, das war für ein Hugo. Okay, das ist alles ein bisschen doof. Hm. Das ist alles ganz schön doof. Oh je. Oh je. Das ist alles ganz schön doof. Oh je. Oh je. So, passt's jetzt ungefähr? Ich hoffe. So. Gucken wir mal. Ja. Ist in Ordnung. Gut. Schön. So, wir haben eine Insel. Das ist gut. Was nicht so gut ist... Wow. Dass ich zu doof bin, auf eine Leiter zu klettern. Ähm. Was? Ich will hier rauf. So. Passt. Das hätte ich jetzt auch schon mal geschafft. Wahnsinn. Okay, ich bin durstig und hungrig. Dann werden wir uns zuerst stärken. Und dann können wir ganz elegant hier rüber. Ähm. So. Der Eintopf ist auch fertig. Passt. Das freut mich. So. So. Ich hätte es mit den Schüsseln ehrlich gesagt so gemacht. Ne. Wie so ein echter Pirat. Ich probiere es jetzt mal mit drei Kartoffeln und einer rüber. Ich hätte es so gemacht. So. Mal schauen, ob das ein misslungenes Rezept ist. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich hätte es ganz ehrlich so gemacht. Ähm. Hinten ist ein Floß. So richtig Piraten mäßig. Also. Der macht jetzt. Also die Person hier. Die kocht jetzt. Und haut dann zum Schluss. Den Tontopf kaputt. Ne. Die Schüssel. Das wäre so Piraten mäßig. Das hätte gepasst. Finde ich. Dann würde sich auch erklären, warum die Schüssel sich auflöst. Und ich hätte sie noch vorher in der Sonne trocknen lassen. Tja. Und vielleicht hätte man sie in dem mit der Schmelze. Na, Schmelze passt nicht. Vielleicht hätte es einen Ofen noch so gegeben. Dann hätte man sie noch lasieren können. Weil die Farbe hätten wir ja schon da unten. Das wäre dann schön gewesen. Dann hätte man bunte Töpfe gehabt. Und vielleicht so ein Regal, dass man sie reinstellen kann. Das nicht unbedingt zwangsweise kaputt wäre. Oder wie auch immer. So. Fischi hätten wir noch eins. So. Passt. Sehr gut. Das Flaschel füllen wir jetzt auch noch schnell auf. Batsch. So. Zack, 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 zack. Wie schaut es aus mit Ananas? Sehr nice, sehr nice. Und zwei Ananas-Sämlinge bekommen. Das ist super nice. Dann können wir die auch gleich wieder ansetzen. So. Zack, da füllen wir gleich wieder unser nächstes Salzwasserl rein. Der Reiniger ist halt echt praktisch. Da kann man sagen, was man will. So. So. Na? Habe ich mir. Habe ich mir. Irgendwann hatte ich mir, glaube ich, mal eine Schaufel gebaut, ne? Ui. Jetzt habe ich dich. Komm her. Alter. Gehört sich das, du Mistviech? Na. Unglaublich saufig. So. Was wollte ich jetzt sagen? Die Schere wollte ich bauen. Genau. Weil ich glaube, solange wir die Schere nicht haben, ne? Glaube ich, dass auch keine Schäflein spawnen können. Das hat jetzt meine eigene Vermutung. Vielleicht hat sie Sinn. Vielleicht nicht. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fallen wir mal die Baren. Die brauchen wir da. Und da da. Schere. Ich brauche eine Scharniere. Und eine Schere haben wir jetzt. Tada. Und eine Schaufel nehme ich auch mit. Für den Fall, dass oben Dreck ist. Jawohl. Ich brauche eine Blanke. Genau dich. So. Und eine Schaufel. Zack. Perfekt. So. Die Baren. Die Baren kommen da rein. Die Ananas können wir eigentlich lassen. Das decken wir auch. Die Federn. Die tun wir auch wieder weg. Würde sagen, hier rein. Kartoffeln haben wir da. Das Zeugwerk haben wir auch alles. Passt. Dann würde ich mal meinen. Ich lege mich mal kurz hin. Bis es wieder morgen ist. Weil dann seht ihr auch wieder mehr. So. Jetzt wird es langsam morgen. Und dann klettern wir da mal schon mal ruf. Ne? So. Oh, ich habe vergessen, das Segel einzufahren. Gott sei Dank hält der Anker was. Sonst wären wir schon wieder irgendwo. So. Ich habe noch meine Steinachs. Die muss reichen. Und schöne Ananas mit Zähmlinge. Und schöne Ananas mit Zähmlinge. Das ist super. Genau. Hau das zusammen. Sehr gut. Fein. Habe ich noch Platz? Ja. Dann nehme ich auch die Blümchen gleich mit. Habe ich noch Platz? Nein. Das heißt, wir müssen mal ausleeren gehen. Zack. So. Äh, falsch. Das kommt hier rein. So. Für die gelben Blümchen. So. Dann hier so. Dann hier die Ananas. Hat noch Platz. Hervorragend. Was ich mit die roten Beeren machen kann, habe ich ehrlich gesagt überhaupt. keinen Plan. So. Dann wollte ich nämlich noch Schmelzi machen. Schmelzi, schmelzi. So. Genau. Die Baren bringen wir wieder in Sicherheit. Ui, da muss ich aufpassen. Ui, die muss ich rausnehmen. Weil ich sehe gerade, ich hatte was vergessen bauen. Warte mal. Warte mal. Wo ist der Hammer? Wo hammer denn da? Das brauche ich jetzt. Dafür brauche ich jetzt Metallbahn. Warte mal. Ich habe komplett vergessen, das zu schützen. Ich bin so schlau. Platziert da die ganz teuren Sachen rein. Was fehlt noch? Hä? Ach so Nägel. Habe ich jetzt einen Schrott? Ich habe keinen Schrott, ne? Google, 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 Google. Haben wir hier Schrott drin? Nein. Haben wir hier? Ich glaube, nein. Hier? Nein. Hier? Niemals. Verdammt mich. Scheiße. Da werden Fässer. Zwei? Hui. Ich glaube, da ist einiges jetzt davon geflogen. Ähm. Warte mal. Ne Krokusnuss war drin. Okay. Steinchen werde ich jetzt auch mal kurz da reinschmeißen. Das schmeißen wir kurz da rein. Das schmeißen wir kurz da rein. Soll ich Platz kriege, ne? Äh, so. Äh, Kupfer, äh, Kupfer, sag ich, äh, Kunststoff kommt auch noch schon da rein. So, und dann gehen wir schnell aufheben. Zack, 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 zack. Oh, da war Schrott dabei. Ich habe es gerade gesehen. Ob es reichen tut, weiß ich jetzt nicht. Für Nägel. Äh, na, keine Schaufel. Ich will Nägel haben. Na, verdammt. Zu wenig. Ist ja wurscht. Da unten gehen wir jetzt eh gleich tauchen. Und dann haben wir mehr als genug. Gschuh. Dann haben wir mehr als genug. Kann man die schon ernten? Nein. Okay, also kein Stress. Es wird schon. Äh, das ist alles ein Zeug, das eh weg kann. Warte. So. Und so. Und so. Gut. Und, na, so. Genau. Wenn das verschwindet, die Kiste da ist, nicht so schlimm. Die wären schlimmer, wenn die kaputt gehen würden. So. Da kommt das rein. Da kommt das rein. Da kommt das rein. Den Köder brauchen wir jetzt gleich. Eine Blanke lasse ich auch da, zur Sicherheit. Ja. Wow. Da komme ich nicht hin. Ah. Alter, du Mistviech. Ach, Dreck. So. Haben wir schon wieder gerichtet. Ähm. Ich bin durstig. Das machen wir noch schnell. Habe ich jetzt den Haiköter? Nein, den habe ich jetzt doch. Den habe ich hier. Passt alles. Alles gut. Alles gut. Gut. So. Den schmeißen wir am besten da hin. So. So. Dann. Ich bin leicht durch den Wind. Schon wieder mal. So. Hat er denn jetzt schon geschnappt? Tatsächlich. Könnte ja wehtun, ne? Ich könnte ihn ja jetzt echt da absichtlich herlocken. Zum kaputt machen. So. Das pflanzen wir jetzt nochmal an. So. Schluck Wasser. Für uns ein Schluck Wasser. Dann nehmen wir hier gleich Nachschub. Machen wir gleich den nächsten. So. Einmal. So. Seetang ist jetzt mal das Erste, was wir dann sammeln. Also zuerst oben die Insel natürlich, ne? Fertig schauen. Schere und das. Wie die immer meine arme Vogelscheuche kaputt macht. Mistviech. Ähm. Was wollte ich sagen? Theoretisch Schere und Schaufel können wir eigentlich da lassen, aber. Bäh. Wurscht. Nehmen wir es halt derweil mal mit. So. Ich muss hier hoch. So. Zack, zack. Weil die Schere brauchen wir sicher, um Wolle zu kriegen von Schafen, die wir jetzt aber noch nicht, hui, hier haben. So. Da hinten sind wir fertig. Ja. Das ist gut. Ja. Du dämlicher Hai. Der geht jetzt mein Haiköter an. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich jetzt den Haiköter ins Wasser geschmissen, wenn ich das jetzt hier oben das machen will. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ja. Zocki, du bist so schlau. Es ist unwahrscheinlich. Wust. Na gut. Ich würde sagen, ich pende mal den Part. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.